Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Software Engineering Reihe. Heute geht es um Service Oriented Architectures und das hier sollte euch, ach und um Rest geht es natürlich später auch noch ein bisschen, denn Service Oriented Architecture sollte euch eigentlich schon fast bekannt vorkommen. Ihr habt letztes Mal das Video hoffentlich zu Client- und Serverarchitekturen gesehen. Dieses Mal gibt es Service Oriented Architectures und die sind eigentlich genau so wie Client- und Serverarchitekturen mit einem kleinen Unterschied, den habe ich hier mal gehighlighted. Und zwar, es gibt genau einen Server für mehrere Clients. Das heißt, bei kleinen Serverarchitekturen kann es durchaus mal sein, dass es einen Zustand gibt, den der Server zwischenspeichern muss vom Client und der muss sich dann, also der Server muss sich merken, was genau der Client hier gemacht hat und muss das immer wieder bei sich updaten. Bei Service Oriented Architectures möchte man das möglichst vermeiden. Das heißt, man hat eigentlich keinen direkten Zustand, sondern der Client kann genauso bedient werden wie jeder andere Client. Das heißt zum Beispiel, ob ihr Chrome benutzt oder Firefox ist für eure Website völlig egal. Es funktioniert exakt gleich und man braucht nicht irgendwie einen Server für die Chrome-User, einen Server für die Firefox-User, einen Server für die whatever-User. Genau, also das heißt sozusagen Service Oriented Architecture, eine Client-Server-Architektur, die halt sozusagen den Server hier verallgemeinert oder so effizient haben will, dass er mehrere Clients auf jeden Fall bedienen kann. Das ist bei einem normalen Client-Server-Modell nicht gefordert. Dann haben wir aber noch eine Verfeinerung von SOA, also SOA oder Service Oriented Architecture, oftmals abgekürzt SOA. Achtung, nicht zu verwechseln mit SOAP, das ist was komplett anderes. Also das im Bereich Web-Development oder sowas, das ist was völlig anderes. Okay, dann REST ist auch wiederum eine Verfeinerung von einem ganz normalen SOA. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Server für mehrere Clients, so wie beim SOA auch, aber das Ganze fordert noch ein bisschen mehr. Und zwar haben wir hier jetzt einen kleinen Server-Architektur, die zu dem Stateless sein muss. Die andere musste nicht unbedingt, man konnte natürlich auch einen State haben, aber da musste der Server schon sehr effizient sein. Während hier wirklich Stateless gefordert ist, das steckt sogar im Namen eigentlich drin, Representational State Transfer. Das bedeutet so viel wie, jedes Mal bei jeder Anfrage wird der komplette Zustand des Clients mit übertragen an den Server. Das heißt, sagen wir mal, der Client möchte irgendwas laden, also irgendwelche Daten laden. Dann muss der komplette Client jeglichen Zustand, also alles was irgendwie relevant ist, für welche Daten jetzt geladen werden sollen, muss an den Server übermittelt werden. Und das resultiert natürlich in ein bisschen mehr Netzwerk-Traffic auf jeden Fall, aber es dauert natürlich alles auch ein bisschen länger teilweise, wobei das heutzutage bei der Schnelligkeit vom Internet eigentlich nicht mehr wirklich auffällt. Vorteile hat es natürlich auch, ich meine, wir haben mittlerweile wieder recht schlanke URLs, aber es geht natürlich auch anders, also man muss es nicht unbedingt tun. Okay, es gibt auch sogenannte Cacheables dann, das heißt Anfragen, die sind ja dann komplett unabhängig von dem jeweiligen Client beim REST. Das bedeutet aber auch, eine Anfrage liefert immer genau dasselbe Ergebnis. Das heißt, wenn ich nach Daten frage mit den Parametern A, B und C, dann liefert mir dieselbe Anfrage immer exakt dieselbe Antwort. Und das ist natürlich sehr, sehr effizient machbar dann, wenn man mehrmals dieselbe Anfrage stellen möchte, dann kann man das Ganze zwischenspeichern. Sprich, der Client kann jederzeit sagen, okay, das merke ich mir einfach mal und wenn ich das Ganze nochmal anfrage, naja, dann ist es immer noch genau gleich. Sprich, ich muss es nicht nochmal neu anfragen, sondern kann einfach das aus meinem Cache auslesen und kann es wieder verwenden. Das heißt, hier haben wir natürlich dann auch die Möglichkeit, ein bisschen Leistung einzusparen. So, und es gibt eine sogenannte einheitliche Schnittstelle, das ist einfach gefordert worden. Ich glaube, ihr wisst, was das Ganze meint, dass man eben sozusagen eine Schnittstelle hat, die für alle gleich ist. Das heißt, ob ich jetzt mit Safari oder Chrome oder Firefox, wie gesagt, anfrage, ist völlig egal. Die Schnittstelle ist immer genau dieselbe. Und wenn ich die Daten schicke, wenn ich dieselben Daten schicke, egal auf was für einem Client ich bin, kriege ich auch dieselbe Antwort wieder zurück. Okay, ja, und dann weiterhin benutzt man meistens noch zusammen mit REST eine Layered Architecture. Das heißt, man benutzt hier nicht nur diese zwei Schichten, sondern auf dem Server benutzt man dann halt meistens noch ein bisschen mehr als diese zwei Schichten. Und auch im Client benutzt man meistens auch zwei Schichten. Das bedeutet, im Client haben wir zum Beispiel UI und Application. Das sagt euch hoffentlich noch was aus der Schichtenarchitektur oder aus den Videos zur Schichtenarchitektur. Und dann wird das Ganze übertragen an den Server. Und der Server wiederum macht das Ganze als Domain und so weiter und so fort. Ja, also so kann man es aufteilen. Man muss es nicht so aufteilen, aber so kann man es aufteilen. Das heißt, hier haben wir Client-Server-Architektur oder besser gesagt REST als sozusagen Teil von einer größeren Architektur, der mehrfach auch verwendet werden kann oder auch nur einmal verwendet werden kann, je nachdem, wie man es eben möchte. Okay, soviel zu Representational State Transfer und natürlich den Service-Oriented Architectures. Nächstes Mal geht es mit ein bisschen was anderem weiter und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!